Hallo und herzlich willkommen bei Anywhere Yoga. Ich bin die Niki und heute gibt es eine Atemübung für dich. Der Atem ist ja etwas ganz Besonderes und obwohl wir automatisiert atmen, ist es ein sehr machtvolles Instrument, mit dem man unglaublich viel Bewusstsein ins Leben bringen kann. Immer wenn wir uns darauf konzentrieren, dass wir gerade atmen, sind wir nämlich im Hier und im Jetzt. Und dieser Moment, dieser Augenblick, dieses Jetzt ist ja alles, was uns bleibt. Das ist alles, was es gibt. Die Vergangenheit und die Zukunft, eines ist schon gewesen und das andere wird erst kommen. Aber dieser Moment, der ist das Geschenk. Dieses Geschenk wollen wir wahrnehmen und über unseren Atem können wir das machen. Gleichzeitig steuert unser Atem auch unser Befinden. Wenn wir tief atmen, werden wir ruhiger, gelassener. Lass es uns gleich mal machen. Schließ deine Augen, find einen aufrechten Sitz und dann nimm dir erstmal nur ein paar Atemzüge Zeit, deinen Atem zu beobachten. Wie ist dein Atem? Ist er eher flach und spürst du mehr in deinem Brustraum oder ist dein Atem tiefer und geht Richtung Bauchraum hinein. Allein wenn du deinen Atem beobachtest, merkst du schon, er wird ein bisschen ruhiger, ein bisschen tiefer. Beginne jetzt deinen Atem tief in deinen Bauchraum zu fließen. Mit jeder Einatmung erlaubst du deinem Bauch weit zu werden. Und ausatmen, da atmest du dich vollkommen leer. Mit einer tiefer Einatmung. Und leer atmen aus. Und atme jetzt tief ein. Halte den Atem an. Atme vollkommen aus. Atme und halte den Atem an. Halte den Atem draußen. Atme wieder tief ein. Atme wieder tief ein. Atme wieder tief ein. Halte den Atem drin. Und ausatmen. Halte den Atem draußen, tief ein, Atem halten und aus, Atem draußen halten. Atem halten und aus, Atem draußen halten, jetzt atme nur zur Hälfte ein, halte den Atem an, atme vollständig ein, halte den Atem drinnen, atme zur Hälfte aus, halte den Atem an, atme vollständig aus, halte den Atem draußen, zur Hälfte einatmen, halten. Halten, vollständig einatmen, halten, zur Hälfte aus, halten, vollständig aus. Halte den Atem draußen, zur Hälfte ein, halten, vollständig ein, halten, zur Hälfte aus, halten, halten, vollständig aus, draußen halten. Noch einmal mehr zur Hälfte ein, halten, vollständig ein, halten, zur Hälfte aus, halten, vollständig vollständig aus, draußen halten, und dann atme weiter ruhig ein und aus. Spür nach. Was hat diese Übung mit dir gemacht? Hat sie dich ganz aufmerksam werden lassen? Fokussiert für diesen Moment? Hat sie dich ruhiger werden lassen? Unser Atem kann weit mehr mit uns machen, als wir es bewusst derzeit denken. Erlaub dir immer wieder mal innezuhalten. Erlaub dir immer wieder mal bewusst ein- und auszuatmen, damit du diesen Moment leben kannst. Nutze dein Wissen über deinen Atem, um Ruhe zu finden in stressigen Situationen, um Frieden zu finden und deine innere Weisheit. Bring deine Handflächen zusammen und zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken. Bring sie zu deinem Mund für sanfte Worte. Bring sie zu deinem Herzen für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste. Vielen Dank, dass du heute mit mir geatmet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne einen Kommentar unter das Video. Abonnier meinen Kanal, wenn es dir gefällt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du mal Lust und Freude hast auf yoga-live.at gibt es immer Live-Klassen mit mir, entweder direkt im Studio oder auch online via Zoom. Und natürlich findest du mich auch auf Facebook und auf Instagram. Ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe bei dir im Wohnzimmer. Bis bald! Bis bald!